Jakob fragt, wie oft führt ihr eine neue Sorte ein? Ich bin Christoph und das ist eine Minute Bier. Neue Sorten führen wir immer dann ein, wenn wir das Gefühl haben oder von euch die Information kriegen, dass ihr euch für etwas Neues interessiert. Wir gehen dann in unsere Brauwerkstatt und machen einige Testsude. Das ist meistens sehr, sehr harte Arbeit, vor allem das Verkosten der verschiedenen Biere, die dabei entstehen. Aber für euch machen wir das richtig gerne. Danach kommen weitere Verkostungen und Tests und wir müssen entscheiden, ob wir dieses Bier als Saisonbier einführen oder wie zum Beispiel unser Blond oder unser Naturradler dauerhaft ins Sortiment nehmen. Bei den Saisonbieren haben wir dieses Jahr für unsere Wirte drei kleine Besonderheiten noch in Vorbereitung. Wir werden jetzt nach der Covid-19-Krise ein naturtrübes fränkisches Helles auf den Markt bringen. Danach im Spätsommer einen Urstoff und auf den Herbst hin kommt dann noch ein naturtrübes Rotbier. Wir freuen uns, das mit euch gemeinsam auszuprobieren. Das war eine Minute Bier. Ich bin Distelhäuser und ihr bleibt bitte gesund. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020